Hallo und herzlich Willkommen zur 165. Folge Company Heroes 2 Multiplayer Modus. Ja, wir spielen mal wieder die Sowjets im 3v3. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich im Moment nichts großartig, außer dass wir Zorro dabei haben. Ich meine, hey, wir haben Zorro dabei. Ich kann auch gar nicht verlieren. Und wir haben John Miller, oder Millers US dabei. Und wir haben ein verdammt leckendes Spiel, weil der hier wohl scheinbar aus dem asiatischen Raum kommt. Hier wird das jetzt nicht angezeigt, dass da irgendwelche Flaggen, irgendwelche Asi... Entschuldigung. Ja, musste ich mal aufstoßen. Asiatische Zeichen und irgendwelche Flaggen drin und so. Ja, gut, da sieht man es sogar noch. Jetzt ist er raus und jetzt läuft das Spiel. Nee, so wird das nichts. Scheiße. Naja. Jetzt müssen wir mal gucken. Weil gerade er ist eigentlich einer gewesen, der recht wichtig war. Ich will behaupten. Zwei 5 Sterne Generäle und ein Zweier haben wir als Gegner. Hier ist ein Vierer, der Zorro. Er war ein Fünfer. Der Millers. Und wir sind ja immer noch im Dreier-Bereich. Naja. Müssen wir das halt irgendwie ausgleichen mit der KI. Ist halt... Ja. Ist halt so. Lässt sich ja jetzt nicht ändern. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal Ruhe. Das ist gut. So, was machen wir dann? Hm. Ich denke mal, wir sollten gleich erstmal die Monis holen. Und die Anti-Tank-Sachen. Haben wir das schon mal. Kann ja soweit nicht stören. Okay. Ausdrucken? Nein. Sturmgrenadierer. Äh. Scheiße. Sagen mir jetzt leider nicht viel. Hm. Machen auf jeden Fall Aua. Wir haben Sturmgewehre. Scheiße. Hm. Das ist nicht so schön. Egal. Wir holen da jetzt ran. Man denkt, glaube ich, dass er die ganze Zeit in Bewegung ist. Na, komm. Naja. Die ist eindeutig zu spät dran. Hm. Das ist fies. Das ist echt fies. Oh man. Die überrennen uns. Uh uh. Okay. Ähm. Krasser Scheiß. Das geht ab. Okay. Damit hätte ich jetzt echt gar nicht gerechnet. Mein Mann, 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 Mann. Er hat sich auch komplett zurückziehen müssen. Ich glaube, das wird ein echt hartes Spiel. So ein richtig hartes Spiel. Sollen wir etwas bauen? Dann müssen wir mal gucken, was wir da dann entgegensetzen. Wir müssen das jetzt wirklich mit Masse machen. Hm. Wir brechen auf. Böse. Das ist böse. Wir müssen irgendwie die Truppen aufhalten. Gucken wir mal. Wir müssen das hinkriegen. Bin ich hier mal gespannt. Hopp, hopp. Randa. Los, los, los. Einfach ran da und schießen. Bam, bam, bam. Nein, abbrechen. Schießt, schießt, schießt. Schießt, schießt, schießt. Ja, das ist auch der Plan gerade. Wir müssen dieses Territorium verteidigen. So, gut. Das heißt, wir müssen da jetzt hinterher. Zack, zack, zack. Wir sind hier eh fertig. Oh Mann. Was für ein Spiel. Also startmäßig war das jetzt schon mal echt crazy. Sauber. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Das ist gut, dass die draufgegangen sind. Gucken wir mal. Nehmt er das? Okay, geht einfach raus. Auch gut. Können wir ihn doch eigentlich zerschießen? Das war jetzt ja dann doch gar nicht so schlecht. Hm. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So, Heilung. Was haben die für einen Auftrag? Das ist gerade gar nicht. Ach, aber. Da sollten wir hin. Und ihm genau mit dem gleichen Scheiß kommen. Einfach mit Masse. Alter, was war denn das? Oh, die mussten wir doch eigentlich relativ gut unter Kontrolle kriegen. Ja. Das ist jetzt nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Der Mann. Bisschen flankieren. Was ist denn das, was da so hardcore schießt, ey? So, hier könnte ich mal eben zurückziehen. Und jetzt mal eben schnell das hier einnehmen. So. Werft einfach mal. So. Oh, es läuft doch ganz gut. Ich hoffe nur, dass die durchkommen. Das wäre sehr zu wünschen. Wieder ein Krupp kaputt gemacht. Sehr schön. So, das haben wir dann jetzt gleich. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal so zurückziehen. Das wird ja nicht direkt durchlaufen. Das muss nicht sein. So, ähm. Und jetzt mal das Unterstützungskorb. So. Jetzt machen wir dann nochmal von hier ran. Hoffentlich. Weil die sollten wir uns einfach mal krallen. Okay, das ist scheiße. Das ist jetzt noch beschissen, ne? Oh weh. Ah. Perfekt. Die haben sich gut aufgeteilt. Das ist gut, das ist gut. So, was machen wir denn jetzt hier? Da sollten wir was tun. Die sollten nach vorne. Und wir sollten uns ein AT holen. So. Die rechte Flanke ist scheinbar eingebrochen. Links müssen wir auch gleich nochmal nachrüsten. Hm. Das ist halt die Frage, welchen Commander nimmt man? Ja, ich glaube, wir nehmen wieder den. Den IS-Commander. Der ist eigentlich schon echt knorke. Der ist eigentlich schon echt knorke. So. Holen wir mal unser AT erstmal hier hin. Na. Was will er denn da hinten? Aha. Jetzt hat er sie alle gesammelt. Hm. Da hat er jetzt einen rein und da hat er zwei rein. Ja. Erstmal egal. So, den können wir auch lieber erstmal hier her holen. Haben die eigentlich sowas wie Granaten? Oh, da kommt ein Fahrzeug. Den machen wir mal kaputt. Gut, dass wir das schon... ...geholt haben. Zack. Das ist dann schon mal recht. Wir können dann auch nochmal rankommen. Hopp, hopp, hopp. So. Ja. Läuft nicht, wa? So, auf den mal. Die da. Einfach mal ruf. So. Peng, peng, peng. Und ihr sterbt. Ihr kommt nicht mehr weg. Hahaha. So. Weg und weg. So. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Hm. Hm, 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 hm. Was am meisten den Arsch aufreißen kann. Also. Oh, da könnte er eigentlich aber auch nochmal zum Aufwärmen hin. Wie. Ist ja gar nicht so viel verloren. Hauptsächlich verbundet. Alles klar. So, dann müssen wir mal schauen. Hier jetzt mal das hin. Hier mal das hin. Und ihr könnt dann wieder nach vorne kommen. Genauso wie du. So. Wollen wir mal gucken. Sollen wir uns hier mal so ein bisschen eingraben. So gut es uns möglich ist. Wir lauten ihre Befehle. Es ist dir verdammt kalt. So. Wer braucht schon Pioniere, wenn man starke sowjetische Arme hat. Die Rotterarme hinz. Jo, hier sollten wir vielleicht auch nochmal irgendwie ein Feuer schön setzen. So. Nicht motzen. So, weiter. Hop, hop, hop. Er ist ja richtig am fortrücken hier. Sollten wir mal nachhelfen. Nein. So. Weil die echt erstmal sich hier aufwärmen sollten. Jetzt sterben die mir hier noch weg. So soll das ja auch nicht sein. So. Kann auch nochmal ein Feuerchen hin. Das wird da auch durchkommen. So. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. So. Sammelt euch mal hier. Ihr kommt mit. Ich hab gar nicht mitgekriegt. Das sieht sich da schon voll am... Aus... Oh, guck mal hier. Da haben wir doch sogar schon direkt was... Wo sich die lohnen. So, hopp, hopp. So, muss das. Ja. Wenn er jetzt... Keinen Scheiß macht... Können wir die jetzt richtig übelst wegmachen. Oh yeah. So. Gehen wir doch weg hier. Die müssen auch weg. So. Was ist denn da? Oh. Nichts von Interesse. So, gucken wir mal. Super. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ähm. So. Komm mal da. Hier könnt ihr euch mal krallen. Das ist so wichtig. So. Die sind dann jetzt auch wieder fit. So. Sollten wir es nicht übertreiben. Und wir können hier unsere Barrikade aufbauen. So. Noch mal ein bisschen... Splitten. Okay, jetzt kommt er da wieder. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So. Wir müssen es mal eben verziehen. Ja. Oh. Haben sie aufgegeben. Krasse Scheiße. Hm. Tja. Da haben wir sie dominiert. Das Leben ist manchmal hart. So viel Schaden können wir gar nicht gemacht haben. Bin ich immer echt gespannt. Ne. Drum weg. Ah, jetzt. Jetzt macht er weiter. Ne. Doch. Wie süß. Ja, wirklich viel Schaden konnte man mir da gar nicht machen. Trotzdem ganz gut Verluste gehabt. Aber wir haben gegengehalten. Das ist das Wichtigste. Ja, nicht nur das, wir haben sie platt gemacht. Ich glaube, gegen Bumblebee haben wir sogar irgendwann schon mal gespielt. Oder mit ihm. Ich weiß es nicht. Naja, ich hoffe soweit, ihr habt auch Spaß gehabt. Und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, kommen wir in New Furious 2 Multiplayer. Auf bald. Auf bald.